Was wäre, wenn mein Bad richtig gut aussehen könnte? Wenn es keine Hürden gäbe beim Einstieg und auch nicht bei der Umsetzung? Wenn das Bad nicht nur auf meine Bedürfnisse hört, sondern auch auf seine und auf ihre? Meine Wanne wäre rot, der Boden blau und alles aus pflegeleichten Materialien. Es wäre mein Wohlfühlbad von Viterma. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Untertitelung des ZDF, 2020